Das Gute ist, an seinem eigenen Podcast kann man machen, was man will. Das stimmt, ja. Das ist das Geile. Okay, ja, perfekt. Also danke, dass es heute geklappt hat. Gerne. Danke geht natürlich auch nochmal raus an Daniel für die Connection. Mega cool gemacht. Also bin richtig happy, dass du hier bist. Und ja, woher kennst du Daniel überhaupt? Ich kenne Daniel aus der Gründerszene letztendlich. Okay. Aus der Augsburger Gründerszene. Klar, er war natürlich eines der erfolgreichsten Startups Hülle der Löwen oder eines der ersten erfolgreichen auf jeden Fall. Und dadurch kannte ich ihn und ich habe relativ parallel auch gegründet. Okay. Und wir hatten ja einen Delivery Service als allererstes bei Boxbote, wo man in erster Linie Essen und Co. wie Lieferando hat bestellen können. Und da haben die Jungs immer wieder mal bestellt. Ah, okay. Natürlich, immer wenn es, glaube ich, eine TV-Ausstrahlung war, haben die sich getroffen bei sich im Büro. Und da wollten wir halt so ein bisschen Eindruck schinden. Cool. Und habe das dann auch selber dann extra ausgefahren, an der Hoffnung, da halt so ein bisschen Connection zu bekommen. Und so hat man sich dann kennengelernt. Und die Jungs waren dann auch immer relativ offen und haben gesagt, ja, bleib doch hier, trink noch ein Bier mit und so. Ja, das kennt man von Daniel. Genau. Und ja, so kam das eine zum anderen und dann kannte man sich schon mal und dann so mal getroffen. Ja, cool. Und dann hat man sich besser kennengelernt. Ja, das haben wir. Okay, cool. Ja, also Daniel, absolut bester Mann, muss ich nochmal an der Stelle raushauen. Er ist einfach echt der Coolste. Leute, ich verlos zusammen mit meinem Sponsor High ein iPhone 14 und eine Apple Watch Series 8 in deiner Wunschfarbe an zwei Gewinner von euch da draußen. Alles, was du dazu tun musst, ist mit dem eingeblendeten Code hier ein Produkt auf der Webseite kaufen. Und damit bist du automatisch beim Gewinnspiel dabei. Podcasts zu machen ist seit langem das absolut Geilste in meinem Leben. Deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht und mich damit unterstützt, damit ich auch in Zukunft noch richtig geilen Content für euch machen kann. Die Chancen, dass du gewinnst, sind verdammt hoch. Deswegen abonniere außerdem noch den Kanal, um die Updates zum Gewinnspiel nicht zu verpassen und natürlich die nächsten Folgen des Podcasts nicht. Ich habe die nächsten 15 Stück schon vorproduziert und droppe jetzt jede Woche einen davon. Also viel Spaß mit der heutigen Episode. Let's go. Mega cool, okay. Wie bist du denn überhaupt Unternehmer geworden damals? Also wie kam der Schritt dazu? Ja, also relativ ungewöhnlich. Ich habe mich damals für eine Ausbildung eigentlich entschieden. Also mit, ja, relativ 15. Okay. Bin dann zur BMW, dort eine Ausbildung gemacht, als Automobilkaufmann. Wurde übernommen. Habe dann da noch ein paar Jahre gearbeitet. Habe dann mir einen anderen Job gesucht. Ich bin dann, habe dann die Branche gewechselt. Bin dann in die Lebensmittelindustrie als Einkäufer. Ja, habe dann schon, ja, relativ früh Erfolg gehabt. Habe gutes Geld verdient. Habe eine gute Zeit gehabt letztendlich. Ja, wollte aber schon auch mich, sag ich mal, geistig noch ein bisschen weiterbilden. Und habe dann den Fachwirt über die Abendschule, sprich über die IHK gemacht. Habe dann dadurch die Hochschulreife bekommen. Konnte dann nochmal überlegen, mache ich jetzt doch irgendwie noch ein Studium. War ja immer noch relativ jung. Anfang 20. Der eine oder andere fängt damit auch wirklich zum Studieren erst an. Ja, klar. Habe dann aber nach wie vor Spaß gehabt an meinem Job. Bin dann geblieben. Habe dann nochmal den Job gewechselt. Bin in dem Fall in der Lebensmittelindustrie geblieben. Bin zu Ehrmann. Molkerei Ehrmann. Ja. Kennt man ja. Habe dann aber nochmal was on top gesetzt. Bin dann über Abendschule nochmal zu IHK. Habe den Betriebswirt dann gemacht. Krass fleißig, fleißig. Ja, schon. Also ich wollte mir halt nichts nachsagen lassen. Klar, ich habe einen sehr akademischen Job. Akademischen Freundeskreis. Da hat jeder irgendwo studiert. Und ich war da so der Exot, ehrlich gesagt. So ohne akademischen Gras. Das kenne ich, ja. Habe aber das alles ein bisschen wettgemacht mit meinen beruflichen Erfolgen. Und nach dem Betriebswirt war es dann für mich auch irgendwo, hätte es mir keinen Mehrwert mehr gegeben. Und ja, letztendlich war ich dann halt in dieser Rolle bei Ehrmann. Habe einen guten Job gehabt. Habe so Bildungsmäßiges gemacht, was ich machen wollte. Aber irgendwie hatte ich dann trotzdem das Gefühl, um in der Verstelle zu treten. Okay. Habe dann immer wieder bei Ehrmann, also ich war auch im Vertrieb, Export tätig. Und bei Ehrmann ist es so, dass der heimische Markt, sprich der deutsche Markt, da sehr gehegt und gepflegt wird. Und der Export ist immer noch so am Aufbauen. Und ich habe dann aber sehr, sehr viele Ideen eingebracht, so um den Export auszubauen. Und die wurden mir immer so weggebügelt. Da haben dann immer die Chefs gesagt, so ja, ist nicht so wichtig und das funktioniert nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass mich das ziemlich stört, wenn ich eine Idee einbringe, dass die nicht gewertschätzt wird, nicht weggebügelt wird. Und dann war das auch so die Zeit, wo tatsächlich auch Ehrmann drüber nachgedacht hat, seine Produkte online über Amazon zu verkaufen. Das war dann so ein Moment, ich ging in den Druckerraum heutzutage. Ich weiß nicht, ob es das noch so gibt. Ja, bist du bei mir an der falschen Stelle, das weiß ich auch nicht. Ein großer Raum mit vielen Druckern. Und ich ging an einen Drucker hin und dann lag da so die Verkaufspräsentation von Amazon, wie sie halt Ehrmann ein Angebot gemacht haben. Und ja, ich fand das irgendwie geil. Und habe dann mich so in diese Amazon-Welt so ein bisschen reingefuchst. und habe mich dann für die Gründungsgeschichte, für Jeff Bezos letztendlich auch interessiert. Habe die Biografie mir dann gekauft, habe die gelesen. Cool. Und ich war dann sehr angetan von der Story und habe dann immer weiter Podcasts gehört, Bücher gelesen, mich mit Leuten auseinandergesetzt, die gegründet haben. Und ja, und dann war so der Magic Moment, als ich mit einem Kumpel letztendlich zu Hause saß und wir gesagt haben, so hey, so ein Fahrradkurierdienst, der eigentlich dir so alles liefert, den gibt es eigentlich so nicht. Also es gab noch gar keine anderen? Nee, es war, also auch im Essens-Delivery-Bereich, das war gerade die Zeit, wo Foodora, noch gar nicht Foodora hieß, da hieß, ich glaube noch irgendwie Velo irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Und da war es noch überhaupt nicht am Start. Und wir haben dann schon gesagt, nee, wir wollen da jetzt eigentlich gar keinen Essens-Lieferdienst aufbauen. Aber Essen ist halt so das Ding zum Bestellen. Das kennt jeder, es macht jeder Best Case dreimal am Tag. Deswegen war so unsere Idee, komm, wir machen jetzt auch einen Lieferdienst für Essen auf Fahrrädern, aber es darf nicht so ausschauen, als wenn wir nur Essen liefern würden. Deswegen heißen wir auch Boxboote und nicht irgendwie Foodboote oder ähnlich. Und ja, dann habe ich noch während der Ehrmann-Zeit mit drei weiteren Freunden zusammen gegründet, während meinem Job, also Safety First damals noch. Ob das so gut war, weiß ich jetzt nicht. Hättest du das lieber anders gemacht? Also lieber einfach Risiko rein? Ja, jetzt tue ich mir natürlich leichter, weil ich weiß, ich kann sowas stemmen. Also ich schaffe das mental und auch körperlich. Und es ist ja schon eine große Herausforderung, einen 40-Stunden-Shop plus eine Gründung zu machen. Ich habe das eineinhalb Jahre dann gemacht. Krass. Ich sage mal so, jetzt, ich hätte viel früher All-In gehen müssen, viel früher Vollgas. Also ich hätte eigentlich, also Boxboote ist meine erste Gründung, da macht man, glaube ich, die meisten Fehler. Und eines der größten Fehler würde ich schon sagen, wir haben dieses Motto, scale fast, fail fast, nicht so wirklich gelebt. Wir haben zu langsam gescaled und haben dann zu dem einen oder anderen Trend einfach verpennt. Also sowohl dieses ganze Essen auf Rädern, wo du halt Restaurants deinen Liefer-Service anbietest, haben wir eben schon auch 2015 eigentlich schon gemacht, wo die anderen auch noch relativ klein waren. Aber die haben halt sofort mit Venture Capital das Ding hochskaliert. Da sind wir nicht mehr hinterher gekommen. Wir haben auch im Getränke-Bereich, da wusste noch gar keiner, was Flaschenpost ist, haben wir eigentlich schon Getränke on demand in wenigen Minuten geliefert. Aber wir haben dieses schnelle Skalieren. Das hatten wir nicht drauf. Und deswegen haben wir einige Trends faktisch einfach verpennt. Okay, woran lag es da, dass ihr das sozusagen verpennt habt? Also Venture Capital einfach nicht rangekommen, nicht daran gedacht? Wir hatten nicht die Expertise im Team. Wir waren auch der Meinung, wir wollen es erst mal gebootstrap machen. Und irgendwie, da muss ich auch wieder sagen, ist vielleicht auch so ein bisschen der Nachteil des Standortes, wo man gründet. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ob ich jetzt in Augsburg, München oder in Berlin oder in Silicon Valley gründe. Wenn du halt wahrscheinlich in Berlin das gegründet hättest, hätten wahrscheinlich alle um mich rum gesagt, okay, du musst jetzt sofort einen Pitch-Tech bauen, den Pitch-Tech zu VCs oder Business Angels und Kohle einsammeln und skalieren. Aber in Augsburg ist das halt völlig untypisch. Da ist man noch down to earth. Und da muss man erst mal Erfolg haben. Und wenn man Erfolg hat, dann kann man mal Geld einsammeln oder zu einer Bank gehen. Und das war vielleicht auch strategisch unklug. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe dadurch sehr viele Fehler im Kleinen gemacht, von denen ich jetzt profitiere. Ich glaube, sehr viele aktuell erfolgreiche Unternehmer sind ganz lange Zeit auf einer Welle gesurft, die irgendwo auf Steroiden war. Also gar nicht so, weil ihr Produkt so geil war, sondern weil einfach das Geld nichts gekostet hat. Und stellen jetzt fest, dass die Welle bricht. Und haben vielleicht einen Haufen Mitarbeiter, die jetzt auch irgendwie mit nichts dastehen. Und wir haben die Fehler jetzt klein gemacht und können jetzt beim nächsten Mal daraus lernen und vielleicht den einen oder anderen Fehler vermeiden. Okay. Ja, macht Sinn. Da habe ich gestern mit Daniel auch nochmal ein bisschen drüber geredet. Gerade auch über Finanzierung von Banken und sowas. Habt ihr da irgendwas gehabt? Nein, also wir haben letztendlich unsere GmbH-Stammeinlage gehabt. Okay. Und haben dann halt alles, was wir erwirtschaftet haben, ging sofort wieder in die Firma. Gut so, ja. Wir haben ja die ersten eineinhalb Jahre das eben nebenbei gemacht. Und konnten dadurch das auch so betreiben. Und da kommt jetzt auch schon der nächste Step, der jetzt im Nachgang viele sehr cool fanden. Ich im Nachhinein will es auch wieder als einen kleinen Fehler bezeichnen. Wir haben nicht Fremdkapital versucht zu holen, sondern wir haben nochmal eine Firma gegründet, um mit dem Einkommen dieser Firma die andere zu subventionieren. Also ich habe eine Agentur gegründet mit zwei weiteren Freunden, sehr erfolgreiche Agentur. Haben dort sehr viel so Kreativjobs gemacht, Corporate Designs, Logos etc. und haben dann parallel, beziehungsweise im Anschluss den, den wir das Corporate Design verkauft haben, auch gleich eine Marketingbetreuung mitverkauft. Und ja, diese Company haben wir quasi gesqueezed. Also wir haben da unsere Gehälter rausgezogen, haben auch hier und da ein Darlehen, dann Boxbody gegeben, dass Boxbody halt wachsen kann. Hatte aber wieder den Nachteil, du verlierst den Fokus irgendwann. Also du musst dich halt auf zwei Sachen konzentrieren. Ein Baby verdient Cash, das andere verbrennt Cash, aber schafft Werte. Und dann schlagen immer so zwei Herzen in deiner Brust. Und irgendwie, und das ist auch jetzt ein Learning gewesen, Fokus ist extrem wichtig. Und also viele bringen dann immer dieses Beispiel mit Elon Musk und so, ja, der hat doch auch vier, fünf Companies, die durch die Decke gehen. Ja, aber Elon Musk hat halt auch so arschvieh Geld, dass er sich halt überall einen Top-CEO reinpacken kann. Und der ist halt nur noch Puppenspieler letztendlich. Und solange du nicht auf diesem Niveau bist, solltest du dich auf eine Sache konzentrieren. Okay, da habe ich gerade schon einiges durch gelernt, weil ich habe schließlich auch eine Social Media Marketing Agentur und das ist eigentlich auch genau der Weg, den ich fahre, eben zum Beispiel durch die Social Media Marketing Agentur jetzt den Podcast oder sowas zu finanzieren. Aber okay, das würdest du als großen Fehler ansehen, beziehungsweise okay, da habe ich gleich die nächste Frage an dich. Hat das dann irgendwie den Wert für euch selber gehabt bei Boxbote, dass du zum Beispiel eine Social Media Marketing Agentur im Hintergrund hast? Also wir waren die drei, also eine Agentur ist in die gleichen Gesellschaften wie bei Boxbote, nur dass eine Agentur an einer gefehlt hat. Das hat extrem viel geholfen. Also wir haben durch dieses Wissen bei Boxbote auch neue Wertschöpfungen erschlossen, aber dennoch hattest du immer so einen Interessenkonflikt. Also du musst es so vorstellen, du hast bei Boxbote ein Problem zu lösen, das erstmal kein Geld bringt. Also du willst irgendwie ein Restaurant für dich gewinnen und als Partner oder ein Buchladen oder eine kleine Boutique und denen erklärst du erstmal, was ist denn eigentlich so dieses Internet und warum sollten sie sich digital neu aufstellen und wie funktioniert das eigentlich dann mit der Fahrradlogistik? Und du investierst zwei Arbeitstage, drei Arbeitstage, weil die Leute halt, das soll jetzt nicht böse klingen, aber ein bisschen schwer vom Begriff auch sind und es halt nicht verstehen. Und auf der anderen Seite hast du eine Agentur, wo du dich selber mit 1000 Euro Tagessatz verkaufst und dann musst du irgendwann entscheiden, investiere ich jetzt drei Tage in so einen lokalen Händler oder verkaufe ich mich mit 1000 Euro am Tag. Und das geht nur eine Zeit lang gut. Das ging bei Boxbote sehr lang gut, weil wir halt auch steigende Bewertungen hatten und so diese obligatorische Karotte vor der Nase hatten. aber letztendlich muss man da halt einfach aufpassen beziehungsweise man darf sich sein Mindset da halt nicht dadurch kaputt machen lassen und es entsteht sehr viel innerliche Reibung. Okay. Und das kann, also da muss man sehr, sehr aufpassen. Okay, krass. Ja, aber das war eigentlich auch so mehr oder weniger mein Plan, eben die Social Media Marketing Agentur so aufzubauen. Vor allem also bei mir ist es zum Beispiel eben super gut. Ich kann halt mit dem Geld von anderen Leuten sozusagen experimentieren, mehr oder weniger, also blöd gesagt. Aber da hast du dann halt einfach nicht das Risiko sozusagen. Und wenn du dir damit dann sozusagen die Erfahrung aufbaust und das dann bei deinen eigenen Unternehmen später anwendest, ist es natürlich optimal. Und wenn du dann auch noch Mitarbeiter im Hintergrund oder sowas hättest, das war jetzt so mein Plan. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass das so ein zweischneidiges Schwert ist. Ja. Das macht schon Sinn. Ja, man muss halt immer wissen, was ist das große Ziel. Mein Ziel war es nicht, eine Agentur aufzubauen. Ja. Mein Ziel ist es nach wie vor, eine Firma aufzubauen, die gesellschaftliche Mehrwert schafft, die Impact auf nachhaltige Themen hat. Und das sehe ich halt einfach momentan nicht bei einer Agentur. Aber ich sehe schon auch, dass die Agentur einem Möglichkeiten gibt, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ohne ein zu großes Risiko einzugehen. Also wir sind bei uns in der Agentur ständig auf der Suche nach Produkten, nach Ideen, die mithilfe unserer Expertise jetzt wachsen können, um sie dann wie so ein Spin-off dann wieder auszugründen. Das ist auch passiert. Wir haben während Corona eine Weinmarke auf den Markt geworfen, haben die getestet, haben zweimal abgefüllt, jetzt leider auch wieder eingestellt, weil jetzt auch einfach die Zeit wieder gefehlt hat. Wir haben dann auch feststellen müssen, also Dropshipping oder Amazon FBA, diese ganzen Themen, wo gerade auf TikTok und Instagram jeder so tut, als wenn das hier das leichteste auf der Welt wäre. Ja, ist es doch, dachte ich. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Erfolgsstories. Das sind auch immer die, die halt auf den Plattformen, also TikTok und Co, immer sehr laut sind. Aber es gibt 99 Prozent, die halt voll in die Hose gehen, wo du halt mal schnell 10K verbrennst, aber darüber wird halt nicht berichtet. Absolut, ja. Genau. Okay, krass. Das ist echt nicht schlecht. Das gefällt mir schon sehr gut. Was ist, also du hast schon gesagt, das ist dein Ziel von vorher, aber ja, hat da Geld irgendwann mal eine Rolle für dich gespielt? Also ich meine, du hast ja nebenbei den Job gehabt, aber war dann irgendwo das große Geld sozusagen auch nochmal vor Augen bei Boxbote oder sowas? Also da vielleicht jetzt eher ein bisschen weniger, aber... Ja, also nicht der Gehalt am Ende des Monats. Ja. Der war nie ein Thema. Es war für uns auch klar, dass wir uns erst ein Gehalt ausbezahlen werden, wenn, ja, sag ich mal, eine Finanzierung steht, sprich wenn ein Investor Geld reinsteckt und wo man auch wirklich dann sagen kann, ich kann mir hier jetzt was ausbezahlen, womit ich meinen Lebensstandard auch halten kann. Und es war dann halt einfach so, dass wir Boxbote ganz gut skaliert haben und wir haben in Augsburg einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Wir hatten da teilweise über 100 Kuriere, die bei uns angestellt waren. Wir haben da das bis zu zwei Millionen Umsatz schon hochskaliert und man hat uns aber immer noch so ein bisschen belächelt und hat dann so gesagt, so, ja, okay, ihr habt das jetzt in Augsburg geschafft, weil ihr halt Augsburger seid. Würdet ihr jetzt doch in eine andere Stadt gehen, würde das schon wieder anders aussehen. Und da kam dann der nächste Fehler. Okay. Wir sind dann relativ blauäugig auch expandiert, haben dann in Nürnberg, sag ich mal, einen City Manager eingestellt, haben dort ein kleines Büro aufgemacht, haben dann mit GLS kooperiert dort in Nürnberg, haben quasi für GLS so ein bisschen letzte Meile gemacht, parallel Einzelhändler umgebordet, also gleiches Prinzip wie in Augsburg. Und dann kam auch, also dann kam Corona. Von Corona erst mal komplett beflügelt, so in den ersten Monaten, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in den ersten Monaten war Corona da, aber keiner hatte es. Das stimmt, genau. Das war so irgendwie von dem Freund der Oper, der Cousin, der hatte es dann. Und die alle waren so, ach krass, und wie ist es? Und ja, und dann waren aber alle zu Hause, die Straßen waren frei, alle Restaurants und Co. durften für Lieferbusiness offen haben. Das war für uns wirklich so ein bisschen Goldgräberstimmung. Ja. Und dann kam aber so die zweite Welle, Corona, und zwar da, wo es dann alle erwischt hat. Und da waren dann nonstop unsere Kuriere, also uns hat es teilweise die halbe Belegschaft so wirklich ausgeknipst. Quarantäne und hier mit der scheiß App, ich bin hier Kontaktperson, muss zu Hause bleiben. Und das Problem, du wirst es kennen als Selbstständiger, wenn du deine Belegschaft halt krank zu Hause hast, dann zahlt dir die Versicherung halt, je nach Versicherung hat es 70, 80 Prozent nur. Sprich, den Rest zahlst du dann halt drauf und halt auch mit Verzug. Und das heißt dann, wir haben ein krasses Volumen hochgezogen im ersten Corona-Jahr. Und im zweiten Corona-Jahr ist dieses Volumen einfach teuer geworden, weil halt jede Lieferung für uns immer teurer wurde. Du musstest Masken stellen, du musstest Desinfektionsmittel stellen, du musstest Schleusen einrichten. Also es war ultra teuer auf einmal. Und du hattest nonstop wahnsinnig viele Leute im Krankenstand. Und das hat dann einfach bedeutet, dass unser Mini-Mini-Mini-Puffer, den wir aufgebaut hatten ohne Venture Capital, hat es auf einmal komplett zusammengeschmolzen. Und ja, das war dann erstmal nicht so geil. Krass, okay. Und bis wann war das circa? Also ja, wir haben dann durch die Corona-Pandemie dann halt angefangen, einfach unsere Prozesse krass zu optimieren. Haben auch da sofort angefangen, unprofitable Sachen zu beenden. Man macht das ja ganz oft, dass man am Anfang halt in eine Sache investiert, bis die mal eine große Größe hat, bis die mal rentabel wird. Und dann haben wir halt einfach rigoros Sachen abgeschnitten. Haben dann uns eigentlich wieder auf ein ganz gutes Level gearbeitet. Also habt ihr euch davon erholt so ein bisschen? Nicht erholt, aber wir haben quasi die Blutung gestoppt. Okay. Nicht erholt, Blutung gestoppt. Das trifft es ganz gut. Und dann hatten wir so die Hoffnung, okay, jetzt ist dann Corona bald vorbei und dann wird alles wieder gut und wir können dann wieder hier zurück die PS auf die Straße bekommen und dann hieß es auf einmal Krieg, Inflation, Energiekosten, Mindestlohn 12 Euro. Und du hast halt dann einfach wie so ein taumelnder Boxer hast du halt nochmal rechts, links, überall nochmal einen Seitenhieb bekommen. Und wir hatten parallel dann auch so diese Investorengespräche und wir haben halt dann so aufgezeigt, hey, schaut mal, wir waren jetzt in Nürnberg, wir sind da angekommen. Ich habe in Nürnberg auch Preise abgesahnt, so Retailpreise, Innenstadtpreise, Logistik-Awards, alles Mögliche und halt auch in Nürnberg angekommen und dann halt so den Proof geliefert, hey, wir können es auch in einer anderen Stadt. Aber dann hatten wir halt einfach ein anderes Problem, dass die Investoren gesagt haben, hey, Jungs, mega, wirklich, aber es ist gerade echt eine Scheißzeit und wir müssen jetzt mal auf unser bestehendes Portfolio gucken, dass die jetzt nicht verrechnen. Ja, denen ging es ja wahrscheinlich genauso. Und dann hast du halt auf einmal fest damit gerechnet, dass jetzt du quasi, also du hast quasi diese Karotte, die vor dem Kopf baumelt, hast schon fast reingebissen und die hat dir dann quasi so ein Putin weggebombt. Scheiße. Und das war dann tatsächlich auch so der Moment, wo wir dann gesagt haben, fuck, so geht es nicht weiter und haben dann Nürnberg wieder geclosed und haben uns schon ziemlich finanziell ruiniert, kann man dann sagen. Und es geht ja nicht von heute auf morgen. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, liebe 100 Kuriere, geht mal bitte jetzt alle nach Hause und such doch einen anderen Job. Sondern du musst es halt peu à peu runterfahren und jeder Monat hat Geld gekostet. Wir haben jeden Monat Kohle reingepumpt als Gesellschafter, als Agentur und ja, aber es ist nach wie vor keine schöne Zeit. Okay, und so kam es dann wahrscheinlich auch zur Insolvenz von Boxbote, oder? Genau, genau. Das war dann auch, also ich habe in den letzten Monaten wieder eine krasse Lernkurve gehabt. Ja. Das ist das, was ich vorhin eingangs auch gesagt habe. Du merkst Fehler, oder du lernst von Fehlern am besten, wenn sie richtig wehtun. Ja, das kenne ich zu gut. Und das tut gerade richtig weh. Okay. Es war dann letztendlich so, dass wir uns eigentlich mit allen unseren Gläubigern ganz gut verstanden, oder wir verstehen uns mit ihnen nach wie vor sehr gut. Und die haben dann zu uns gesagt, okay, Jungs, ihr bekommt das wieder hin. Wir glauben euch, ist eine gute Sache, was ihr da macht. Und es sind jetzt auch keine Riesenbeträge, die da wir ausstehend hatten, aber waren halt ausstehende Beträge. Es war dann letztendlich unser Jahresabschluss, der anstand. Und dann wir halt unserem Steuerberater letztendlich nicht ausreichend erklären konnten, dass wir die Kuh vom Eis holen. Und so, sagen wir mal so, Gentleman Agreements mit unseren Partnern, die halt uns auf der Tonspur das zugesehen haben, haben nicht ausgereicht. Und so gesehen gab es dann halt nur den einen Weg. Also auch den Weg, den ich als Geschäftsführer noch gehen muss, in die Insolvenzanmeldung zu machen. Und ich bin dann auch mit offenem Visier raus, habe jetzt nicht gewartet, bis die Presse sich ihr eigenes Bild macht und bis die Leute sich so ein bisschen ins Maul zerreißen, weil die Insolvenz ist immer noch so ein rotes Tuch. Das finde ich immer noch, also jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ist ein absolut falsches Bild. Also man könnte das auch irgendwie Sanierungsantrag nennen. Das klingt dann noch ein bisschen schöner. Und das ist es ja letztendlich auch, dass du jetzt die Möglichkeit bekommst, ja, nochmal unter einem kurzen Schutzschirm, wo jetzt drei Monate lang die Gehälter werden jetzt übernommen. Und in der Zeit habe ich jetzt die Möglichkeit, Käufer suchen, Investoren suchen oder jetzt nochmal alles tabula rasa zu machen. Also es ist auch, sage ich mal, das Gute an der Insolvenz. Du kannst wirklich komplett nochmal auch von Null starten und ja, einfach da jetzt wieder ein Tagesgeschäft abzubilden, was sich rentiert. Okay, krass. Ja, mit Insolvenz hatte ich ehrlich gesagt bisher noch nie irgendwas zu tun. Deswegen finde ich es gerade ziemlich interessant. Aber okay, das ist gar nicht schlecht. Cool. Ja, aber muss schon ein bisschen hart sein, schätze ich. Also sein Baby da so liegen zu lassen. Ja, also das ist absolut richtig. Es ist so mein ältestes Baby. Es ist schon ein Kind eigentlich. Es ist schon eingeschult nach acht Jahren jetzt hier. Es geht schon zur Schule. Aber wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, fallen mir ganz, ganz viele Sachen auf, die ich quasi heute anders machen würde. Und deswegen habe ich jetzt so ein lachendes und so ein weinendes Auge. Das lachende Auge ist das, was quasi neue Chancen sieht. Und das weinende Auge ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn es kein Happy End gibt für dieses Thema, dass das vergessen wird. Also dieses ganze Thema CO2-neutrale Logistik, sprich Fahrradlogistik, den lokalen Handel zu supporten, was wir mit Voxbole von Tag 1 gemacht haben. Also wir haben uns da auch ganz viel gesellschaftspolitisch bemüht. Ich war vor ein paar Jahren auch Mitgründer von einer Kommunalpartei, um da noch mehr Einfluss auf diese Themen zu bekommen und mehr Einblick in die Themen zu bekommen. Und ich weiß ganz genau, dass diese Themen, wenn die du als Bürger oder als Jungunternehmer nicht vorantreibst, die Kommunalpolitik wird es erstmal nicht machen. Weil dafür ist die Autolobby und so die Einzelhandelslobby, die immer noch mehr auf Parkplätze und auf Straßen steht, die werden ihre Stimme weiterhin so stark im Stadtrat haben. Absolut, ja. Und wenn ich jetzt da quasi mit meinen Boxboten bald von der Bildschirmfläche verschwind, wird das erstmal keiner machen. Und das sind drei Rollen rückwärts, die wir machen werden. Das ist so ein bisschen das Wein der Auge, was ich da eben habe. Aber gut, ich werde nicht dafür bezahlt, die Probleme von Augsburg zu lösen. Ja. Ich habe das jetzt ein paar Jahre versucht. Und jetzt muss ich wieder auf mich selber gucken. Und es gibt auch schon diverse Ideen. Ich habe natürlich noch die Agentur, die sehr gut läuft, wo ich auch jederzeit mich voll einbringen kann. Also es gibt bei mir jetzt auch während dieser Insolvenz oder auch davor, es gab eigentlich nie einen Tag, wo ich mal so das Gefühl hatte, boah, ich mache mal ein bisschen früher Feierabend. Ja. Es gibt immer was zu tun. Das stimmt, ja. Und von dem her, ja, das geht weiter. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir auch einen Käufer finden oder jemanden, der die Vision auf jeden Fall weitertragen möchte. Ich bin auch bereit dazu, da auch noch meinen Teil dazu beizutragen, ob das jetzt nur für ein Onboarding ist oder ob das jetzt mal für ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger ist. Wenn die Vision passt, bin ich am Start. Ja. Wenn die Vision nicht passt, bin ich raus. Ja. Wo können sich die Leute da zufälligerweise erreichen? Hier ist natürlich die perfekte Möglichkeit, falls der Käufer zufälligerweise zuschaut. Sollte der Käufer jetzt zuschauen, zuhören, dann, ja, gerne eine Mail an mich schicken. Das ist RS, also meine Initialen, Richard Siegfried, dann at boxboote.de. Perfekt. Einfach eine kurze Mail, dann schicke ich ihnen gerne so ein Teaser-Deck und ein NDA und mit diesen zwei Dokumenten bekommen die Leute dann Zugang zu einem digitalen Datenraum, können sich dann die Dokumente angucken und können dann die Verhandlungen treten. Perfekt. Jetzt weiß ich nicht, wann der Podcast rausgeht, aber es ist schon ziemlich Druck auf dem Kessel. Das stimmt, ja. Dann versuche ich den so schnell wie möglich rauszuhauen. Ja, es muss, also man hat jetzt noch ein paar Wochen Zeit, wo halt dann die Verhandlungen laufen, weil... Ja, gut, dass du sagst, okay, dann muss ich mich beeilen. Sehr gut, okay. Ja, nicht schlecht, okay, wenn du jetzt von Null anfangen müsstest, was würdest du dir nochmal raten? Du kannst natürlich übrigens gerne zuerst mal probieren, ne? Ich probiere jetzt schnell diesen Highdrink. Und wir schalten jetzt in den Werbespot rein. Gut zu Grapefruit. Ich habe den, glaube ich, schon mal getrunken, aber es ist lang her. Ja, aber mein Favorite ist tatsächlich bis heute immer noch Wassermelone. Ich trinke jetzt ausnahmsweise sogar Kokosnuss. Ich hasse Kokosnuss, aber der Drink ist es. Und wie schmeckt es? Sehr lecker. Sehr lecker. Ja, doch. Also, den fand ich damals schon gut. Ich finde ihn immer noch gut. Doch, das ist eine leckere Sache. Da hat der Daniel schon was Gutes gemacht. Da hat der Daniel gut angerührt. Ich glaube, das macht er immer noch persönlich. Sehr gut gemacht. Ja, genau. Ich stelle ihn mir gerade so mit einer Kochschürze in der Küche vor. Geil. Aber genau, zurück zur Frage. Also, wenn du von Null nochmal anfangen müsstest, was würdest du anders machen? Ich würde tatsächlich das Gründerteam sehr, sehr picky auswählen. Ja. Ich würde von Anfang an mir ein paar Meilensteine setzen, die ich auch sehr diszipliniert dann screenen würde. Und wenn ich sie nicht erreicht hätte, würde ich dann die Entscheidung dann dementsprechend treffen. Also, kein Blindflug mehr. Nicht irgendwie so, wir machen jetzt mal und schauen, was passiert, sondern wirklich einen richtigen Plan, also jetzt nicht zu diesem steifen Businessplan, den man so kennt, aber schon einen Businessplan, wo Meilensteine drinstehen, wo ich sage, bis dahin will ich so und so viele Kunden haben, bis dahin will ich so und so viel Umsatz haben. Und auch ganz klar das Thema Finanzierung und Co. auch wesentlich professioneller aufziehen. Also, auch nicht so Bierdeckelrechnungen, ja, könnte Pi mal Daumen passen. Und eine Sache habe ich auch ganz krass gelernt, alles, was man macht, sollte messbar sein. Und was du nicht messen kannst, das mach nicht. Okay. Das kennst du ja wahrscheinlich auch aus dem Social Media Bereich. Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn ich irgendeine Kampagne plane und nicht weiß, wie ich sie am Ende messe, weiß ich ja nie, warum sie gut war. Und ich habe das zu oft gemacht, dass man irgendwie auch im Marketing, das ist ja so neben dem Vertrieb meines Erachtens so das Wichtigste überhaupt im Aufbau von einer Company und wir haben viel zu oft irgendwo Kohle reingesteckt und dann, ja, okay, da ist der Umsatz ein bisschen gewachsen, aber wir wussten jetzt nicht, lag das jetzt an den Flyern, lag das an der Social Media Kampagne, lag das, weil wir gerade irgendwo am Radio erwähnt worden sind oder am TV oder what the fuck, warum eigentlich? Und wir haben uns dann immer so drauf, wir haben gesagt, ja gut, wenn wir jetzt einfach so weitermachen, wie wir jetzt eh schon machen, dann wachsen wir automatisch. Aber wir wussten nicht, welche Kohle was wo gebracht hat. Okay, ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, und deswegen ist das Team das Wichtigste überhaupt. Und dann schon auch wirklich so die Roadmap und ganz diszipliniert Entscheidungen treffen. Also ein Kommil von mir hat mal so einen Spruch zu mir gesagt, easy decision, hard life, hard decision, easy life. Und es tut manchmal weh zu sagen, das bringt nichts, das lassen wir oder auch wenn du einen Mitarbeiter einstellst und auch wenn du ihn gern hast, menschlich, aber er keinen guten Job macht, ihn einfach zu sagen, sorry, wir passen nicht zusammen, such dir was anderes. Und das sind lauter so Sachen, das geht in dieser locker flockigen Startup-Welt so ein bisschen unter, dass man ab und zu halt einfach mal Entscheidungen treffen muss, die jetzt nicht cool sind, wo dir halt keiner auf die Schulter klopft dafür, aber die halt getroffen werden müssen. Das stimmt. Und ja, es sind so vier, fünf Sachen, die würde ich heute ganz diszipliniert anders machen. Okay, hättest du dir jemanden, also hättest du die Erfahrung nicht, würdest du dir dann jemanden holen ins Team, der die Erfahrung schon hat, oder? Ja, ich glaube, also was ich schon immer hatte, waren Mentoren. Okay. Das war, also bei meinem zweiten Arbeitgeber war es schon so und auch bei Ermann war es dann so und die begleiten mich auch heute noch teilweise. Okay, das ist natürlich stark, ja. Die dann, also was ganz, ganz wichtig war und davon habe ich jetzt auch in der Insolvenzzeit davon gezehrt, dass die Leute mir immer wieder gesagt haben, lieber Raimund, du bist jetzt Mitte 30, du machst jetzt die erste große Krise mit, aber die Leute, die jetzt schon so 50, 60 sind, die machen schon die dritte ungefähr mit und die sagen, uns hat es auch nicht umgebracht und dich wird es auch nicht umbringen. Absolut, ja. Also entweder beißt du jetzt die Zähne zusammen, machst das Beste draus oder du schmeißt alles hin, gehst wieder zurück zum Corporate, was nicht schlimm ist, aber du weißt auf jeden Fall, dass du kein Unternehmer bist, beziehungsweise kein selbstständiger Unternehmer. Und mit diesem Wissen, dass mich die ganze Scheiße nicht umbringt, dass es zwar weh tut und dass ich jetzt mal nicht der gefeierte Gründer hier in der Szene bin, sondern dass ich jetzt einfach mal der Gescheiterte bin, da man muss jetzt einfach klarkommen. Aber das kratzt nur mein Ego und das darf einem halt nicht im Weg stehen. Das stimmt. Man muss natürlich manchmal auch denken, das ist gerade so ein Thema Gesundheit und sowas. Es gibt immer jemanden, der wünscht sich, deine Position zu haben. Deswegen also vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent, aber trotzdem irgendwer. Ich würde mir zum Beispiel deine Erfahrung absolut wünschen. Deswegen, da kannst du dann auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und dir denken, hey, okay, ich habe so viel daraus gelernt und einfach so viel mitgenommen. Die nächste Sache wird wahrscheinlich viel besser funktionieren. Ich teile jederzeit gerne jede Erfahrung. Ja, deswegen bist du ja heute hier. Genau. Nein, das ist wirklich wichtig. Und man muss auch unter Leute gehen. Man muss rausgehen. Absolut. Und man darf jetzt nicht denken, hey, ich hänge jetzt nur mit den 20-, 30-Jährigen ab, die auch gerade ein fancy Startup irgendwie von scratch hochgezogen haben, sondern auch mal die alten Hasen anquatschen. Ja. Hey, wie waren das bei euch? Wie habt ihr dann bei der Bankenkrise oder bei der Dotcom-Blase, wie habt ihr da reagiert? Und die werden einem da ein paar ganz gute Tipps geben. Also man muss die ja nicht eins zu eins umsetzen, aber es tut ganz gut zu erfahren, was die gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und ganz, ganz wichtig, wir sind immer noch in Deutschland und in Deutschland fällt man einfach fucking weich. Ja. Habe ich vorgestern mit Daniel drüber geredet. Ja, da muss keiner irgendwie jetzt unter einem Wellblech schlafen oder so. Absolut, ja. Sondern du fällst weich. Das soll jetzt nicht heißen, man kann jeden Scheiß hochziehen und dann irgendwie das gegen die Wand fahren und der Pöbel wird es über die Insolvenz dann schon richten. Das will ich damit nicht sagen. Ja, absolut. Ich sage mal, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Ne, stimmt schon, absolut. Dazu kann ich auch gar nicht mehr groß was sagen, weil in anderen Ländern ist es halt einfach komplett anders zum Beispiel. Da sind wir schon sehr, sehr privilegiert, was das angeht. Okay. Du hast es vorher schon einmal ganz kurz angesprochen, aber solche Zahlen interessieren mich meistens immer am meisten. Die geben auch am meisten Klicks auf Social Media. Right. Genau, deswegen, was war das meiste, was du jemals in einem Monat mit deiner Firma an Umsatz verdient hast? Monat kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Okay. Dann das nächstliegende. Also wir waren bei zwei Millionen Jahresumsatz bei Boxboote. Ja. Das war unser Peak. Und ich glaube, dass der November in diesem Jahr der erfolgreichste war. Und ich glaube, wenn ich mich da richtig dran erinnere, dass der schon an die, also es waren schon über 200.000 K, die wir dann im Monat dann umgesetzt haben. Okay, und wie viele Leute wart ihr da damals? Also zumindest euer Team ohne Lieferanten jetzt? Okay, also das Team ohne Lieferanten ist sehr überschaubar. Ich glaube, dass wir da damals so sechs, sieben Leute oder so waren. Okay, krass. Und Lieferanten hattet ihr wie viele? Ja, so knapp 80, 90, roundabout. Okay. Man muss dazu sagen, dass natürlich da sehr viele Minijob-Kuriere dabei sind. Ja. Auch Festangestellte, Teilzeit, aber sehr, sehr viele Minijobler. Okay, das ist doch mal eine Hausnummer. Ja, also man muss dazu sagen, wir haben es geschafft, Boxboote trotz nur in einer Stadt aktiv zu sein. Wir hatten einen positiven Jahresabschluss. Also wir hatten ein Jahr lang, also wir haben ein Jahr positiv abgebildet und jeder, der mal sich die Zahlen von Delivery Hero, Uber, DoorDash, name it, kann sie jeden anschauen. Ich habe mal gesehen, äh, was, gesehen, das sind ja alle an der Börse. Ich glaube, Delivery Hero verbrennt mal so ganz locker flockig. Ähm, ich glaube eine Dreiviertel Milliarde im, 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 im Quartal sogar. Scheiße. Ja, das, äh, das interessiert die einfach nicht. Das ist einfach, das, ah, und das ist halt, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, man sagt dann, man spricht davon, too big to fail. Ja. Also da hocken schon so viele Investoren im Boot, die haben schon so viel Kohle reingepumpt. Kannst du mir das erklären, wie, wie funktioniert das, weil, als, 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 wenn ich jetzt persönlich Investor davon wäre und ich merke, hey, okay, das ist ein sinkendes Schiff eigentlich. Also im Endeffekt ist die Rechnung, glaube ich, ganz simpel. Ähm, die sind, also die, 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 die gehören gewisse Märkte, die haben einen Haufen Kunden, die haben einen Haufen Partner, viele Mitarbeiter, vielleicht auch eine gewisse Technologie, haben eine Bekanntheit. Und die werden sie irgendwann monetarisieren. Also es wird, so wie jetzt auch Gorillas, Get here, ähm, das, das sagt ja auch immer jeder, ach, dieser Kahn Sümer und so, boah, wie krass hat der versagt. Mann, der hat arschvieh Geld verdient jetzt. Der hat jetzt zwar nicht das Ding für, für x Milliarden verkauft, der hat das Ding, glaube ich, für knapp eine Milliarde jetzt verkauft. Ich glaube, dem haben wir immer noch ein paar Prozentpünktchen gehört. Und der hat eine geile Story da jetzt hingelegt und hat ziemlich gut Geld verdient. Und, ähm, die anderen Player, klar, das ist noch ein Blutbad, weil die halt immer noch versuchen, hier, ähm, Marktführer zu werden. Ähm, und so lange werden die natürlich Kohle verbrennen. Aber irgendwann wird der Moment kommen, wo der eine dem anderen ein unmoralisches Angebot macht. Und dann werden hoffentlich dann, ähm, die Investoren ihre Kohle, Faktor 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, rausbekommen. Ja. Okay. Vielleicht wird der eine oder andere auch, ähm, vielleicht in die Insolvenz getrieben, kann auch sein, dass nicht gekauft wird. Dann schaut's natürlich schlecht aus. Aber das Ding ist, dass wir hier in Europa, insbesondere in Deutschland, haben wir halt einfach das Problem, dass wir unglaublich hohe Lohnkosten haben. Wir haben unglaublich hohe, ähm, Energiekosten, ähm, sodass diese Modelle bei uns halt einfach so lange nicht fliegen werden, bis es eine Lösung gibt für diese scheiß hohen Personalkosten. Und das heißt quasi, man wird hier gerade in Deutschland warten müssen, bis es nicht mehr Fahrradkuriere sind, sondern halt kleine Roboter, kleine Drohnen oder was auch immer. Und wenn du diese Personalkosten, wenn du die mal digitalisiert hast, sag ich jetzt mal so, dann machen die Companies Arschviegelwinn. Okay. Also richtig Arschviegelwinn. Und auch ein, ähm, Lieferando könnte von heute auf morgen, also das ist ja das, was ich glaube viele Gastronomiebetriebe gar nicht checken. Die haben ja uns auch die kalte Schulter gezeigt, als wir gesagt haben so, hey, nach der Pandemie, wir müssen ein bisschen die, die Provision erhöhen, weil die Kosten steigen. Und dann haben alle gesagt so, ach ne, Lieferando erhöht's nicht, wir, wir, dann geht halt, dann gehen wir zu Lieferando. Und Lieferando, denen gehören ja auch die ganzen Webseiten, denen gehört ja letztendlich alles. Die haben nicht nur die Kundendaten, die haben die Webseiten, die Kuriere. Die könnten von heute auf morgen eigene Restaurants hochziehen, die auf Platz eins setzen und könnten dadurch den ganzen anderen Restaurants ein bisschen den Hahn zudrehen, die auf Liefergeschäft angewiesen sind. Also die haben, die haben die Macht jetzt schon massive, äh, äh, ja, massive Einschnitte in der Gastronomiewelt zu machen. Machen sie natürlich jetzt nicht, aber sobald die die Möglichkeiten haben, was ja in Deutschland schon teilweise so ist, es gibt in Deutschland schon nicht mehr so viel. Klar, jetzt ist Volt wieder gekommen, Volt macht jetzt da wieder ein bisschen Welle. Uber kommt jetzt wieder, macht wieder Welle. Also Lieferando hat's schon relativ gut gehabt, als sie ja mal diesen Deal da gemacht haben, Pizza.de gekauft. Ja. Ähm, jetzt ist wieder Geld verbrennen angesagt, aber in anderen Märkten, wo die quasi für Centbeträge da irgendwelche Leute rumfahren lassen, das Eisen auszufahren, verdienen die Arsch wie Geld, subventionieren andere Märkte und mal gucken, wer den längeren Atem hat. Aber wenn der Moment kommt, wo du den Mensch in dem Fall ersetzt hast und wenn der Moment kommt, wo du den anderen gekauft hast, dann ist das, ist das eine scheiß Gelddruckmaschine, dann kommen die in so Positionen, meines Erachtens, wie es auch ein Amazon jetzt ist. Ja. Okay. Also ein bisschen scary, finde ich, weil die dann schon Möglichkeiten haben, von denen ahnen wir momentan. Wir denken, das sind so die Pizza Boys und Pizza Girls. Schon, ja. Ja, aber das sind sie nicht. Die ownen die letzte Meile, die kommen jeden Tag an deine Haustür, die bringen dir jetzt, gestern haben sie noch die Pizza gebracht, morgen bringen sie dir vielleicht auch deine Post. Und dann disrupten die vielleicht die Post. Also die haben einen guten Plan, sonst würden die Investoren da nicht so viel Geld reimbotern. Nur um einen scheiß Lieferdienst für Essen zu haben, kriegen die nicht so viel Geld. Ja, stimmt schon. Okay, jetzt nachdem du es mir erklärt hast, macht das schon wesentlich mehr Sinn. Wie lange denkst du, braucht es noch in Deutschland, beziehungsweise generell auf der Welt, bis Lieferanten mit dem Fahrrad oder sowas ersetzt werden durch Roboter? Also schwer zum sagen. Die Regularien sind ja da denkbar kompliziert. Ja. Verstehe ich auch. Anschlag, Terror und so weiter, da guckt man immer, wo darf da jetzt was rumfliegen. Ich weiß auch, dass gerade so eine Art STGVO für die Luft entwickelt wird. Okay, crazy. Wann hat welche Drohne Vorfahrt und so. Ich weiß, dass du quasi so innerhalb deiner Firma, wenn du ein großes Firmengelände hast, darfst du schon, glaube ich, so Drohnen einsetzen und ein Päckchen nach A nach B bringen. Also ich weiß es, ich kann es nicht sagen. Ich schätze mal so, lass es fünf Jahre sein. So wenig noch, okay. Und dann fliegen die auf jeden Fall, die dürfen halt dann ein paar Sachen zum Beispiel vielleicht nicht überfliegen. Vielleicht dürfen die nicht über Autobahnen fliegen. Vielleicht dürfen die nicht über große Straßen. Aber dass die einfache Sachen transportieren dürfen, wird schon bald kommen. Und ich weiß, dass auch eine Firma aus Augsburg, die quasi mit Straßenlaternen arbeiten, dass die an Konzepten arbeiten, dass die Drohne sich auf die Laterne setzt und dort ladet. Crazy. Also das ist schon echt krass. Okay, aber fünf Jahre hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Aber nicht schlecht, hey. Ich stelle es mir gerade einfach nur vor, wie geil das wäre. Ja, also wie gesagt, das Drohnen-Business ist schon sehr fortgeschritten. Und es gibt auch schon in den Staaten und ich glaube auch schon in Deutschland Test mit kleinen Robotern, die wieder rumdüsen und du halt dann mit deinem Paar so, die halt dann aufmachen kannst und dir was rausnehmen. Ja, stimmt. Ich kenne bloß von den Gehwegen oder sowas, diese kleinen fahrenden Roboter. Genau. Und das ist schon auch, aber da ist halt, da sind wir in Deutschland halt einfach ein bisschen schwierig, weil wir halt so krass alte Städte teilweise haben. Ich weiß nicht, schon mal in Augsburg war es, da ist ja 50 Prozent Kopfsteinpflaster. Und da kommt natürlich dieser kleine Roboter teilweise nicht so gut klar damit. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch in dem Bereich wird was passieren, autonomes Fahren. Kann gut sein. Es wird ja jetzt auch schon gemacht, dass man die Öffis nutzt, um größere Pakete von A nach B zu bringen. Also es sind alles krasse Entwicklungen. Die werden uns aber das Leben einfacher machen, besser machen und wird den Unternehmen bares Geld sparen. Okay, aber da denkst du auch bloß, dass zum Beispiel jetzt Drohnen eher für die letzte Meile sozusagen eingesetzt werden, anstatt für längere Strecken, oder? Doch, doch. Auch länger. Insbesondere, wenn du jetzt, also man darf ja, wir leben alle, ich weiß nicht, wo wohnst du? Jetzt gerade hier in München, ansonsten auf dem Dorf. Okay, genau. Und das sind ja die, die vergisst man ganz gern. Und die haben ja auch Bock auf Sachen aus der Innenstadt. Und da ist es ja noch geiler. Wieso muss denn da so ein Caddy aus der Innenstadt hier aufs Dorf rausfahren? Da hier mit seinem stinkenden Diesel rausfahren, wenn das auch so eine Drohne rausdüsen kann? Und die stört ja niemanden. Absolut. Gerade bei uns ist es zum Beispiel so, also unser Dorf ist so klein, dass diese Drohne easy von A bis B kommt. Genau, und jeder hat große Gärten auf dem Dorf. Ja, stimmt. Und die schmeißen das Ding dann halt einfach schön in den Garten rein. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Und crazy, ey. Auf die Zeit freue ich mich schon. Ich bin so froh, noch so jung zu sein. Du musst es safe auch noch miterleben. Ja, also es ist, ich finde es sehr realistisch. Auch so das ganze Flugtaxi-Thema, Lilium und so. Das sind ja alles so Sachen, die sind gekommen, um zu bleiben. Das ist schon so vorangeschritten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch einer irgendwie komplett den Stecker zieht. Dafür ist es einfach auch zu wichtig. Aber ich kenne natürlich auch unsere deutsche Bürokratie. Bestes Beispiel. Auch etwas, was uns bei BoxBulli sehr beschäftigt. 2002 hieß es mal, dass das E-Rezept rauskommt. Und es ist jetzt, glaube ich, vor ein paar Monaten passiert. Okay. Also es hat einfach mal über 20 Jahre gebraucht, um etwas zu verabschieden, was absolut an Banalität nicht zu übertrumpfen ist. Wo uns andere Länder auslachen, wie ihr müsst physisch in die Apotheke kommen und so einen Zettel abgeben, dass ihr eure Medikamente bekommst kann nicht sein. Ja, das ist echt crazy. Deswegen, ich hoffe, dass Deutschland das nicht komplett verpennt und dass die da schon am Zahn der Zeit bleiben. Es wird kommen. Wir werden, wie so oft, einer der Letzten sein. Ja. Aber es wird kommen. Okay. Hast du dann auch schon vielleicht die nächste Business-Idee, was Drohnenlieferungen angeht? Nee. Also ich bin schon am Entwickeln von einer neuen Geschichte. Ja. Beziehungsweise das ist etwas, das hätte ich eigentlich gern innerhalb des Boxbote-Umfelds mal auch wirklich ausgerollt. Wir sind leider nie so weit gekommen, beziehungsweise sind mir aktuell gar nicht in der Lage, das auszurollen. Aber die Idee ist eigentlich ganz gut und ich werde auf jeden Fall in meiner nächsten Gründung etwas ausrollen, was nicht so ein krasses People-Business ist. Okay. Also wenn du mal so, und es waren ja eigentlich nur 110 Leute, die man so unter sich hatte und es reicht aber schon. Also es ist echt anstrengend und ich habe Sachen erlebt, das kannst du dir nicht ausmalen von wirklich Leuten, die dann ausgerastet sind, die dann dir gedroht haben, weil du sie gekündigt hast. Ja, ganz schlimm. Krass. Auch die dann so sagen, ich weiß, wo du wohnst und so. Ja, und dann hast du eine Partnerin, die ist zu Hause im Homeoffice und du denkst dir so, fuck, jetzt raste der Typ aus und klingelt und deine Partnerin macht auf. Und das sind auch so Gedanken, die du hast und deswegen meine nächste Gründung wird auf jeden Fall mit weniger Leuten funktionieren. Okay, jetzt weiß ich, wieso du so fit bist, weil du hast so viele Leute. Ja, genau. Ich muss mich immer verteidigen. Ja, eben. Machst du Kampfsport oder sowas? Nee, meine Leidenschaft ist aktuell CrossFit. CrossFit, okay, sehr, sehr cool. Ja, kann ich. Also, eines der geilsten Sachen, die ich jemals gemacht habe, sportlich, über 20 Jahre lang Fußball gespielt, auch ein geiles Sport, Teamsport, mega geil. Aber CrossFit und Unternehmertum, ich habe da vor ein paar Monaten auch mal einen LinkedIn-Post gedroppt, hat ganz krass viele Parallelen von Durchhalten von teilweise unschaffbaren Workouts oder im Business-Kontext unlösbare Probleme, einfach trotzdem auszuprobieren und irgendwie sich da durchzuwurschteln. Und wenn du am Ende des Tages gefailt hast, jetzt komme ich auch wieder ein bisschen zu meiner Geschichte, dann einfach, okay, Mund abwischen und nächste Woche machst du es wieder, ein bisschen besser trainiert, ein bisschen besser gegessen und dann klappt es auf einmal. Ja, also ich mache ab und zu Kampfsport, deswegen, da ist es genau das Gleiche, du kriegst den Schlag in die Fresse und nächste Woche gehst du trotzdem wieder ins Training und dann ist es relativ ähnlich, okay. Jetzt haben wir die Frage, kannst du dann Muscle-Up? Ich kann Muscle-Up. Oh, shit. Aber kein Schön. Ja, hey, das zählt trotzdem. Ich habe leider so in meinen Zwanzigern richtig schlecht gepumpt. Also klassisch McFit und hier Brustbizeps war der schönste Tag so quasi und was ich jetzt halt merke, halt ultra schlechte Haltung immer gehabt, habe mir so ein bisschen die Schulter geschrottet, was natürlich bei einem Muscle-Up nicht so geil ist. Deswegen kann ich den so mit purer Gewalt, reiße ich mich da hoch, aber das hat nichts mit einer guten Technik zu tun. Okay, aber trotzdem krass, ich bin immer noch am struggeln. Ich versuche es immer mit Bändern oben an der Stange festmachen und sowas. Da geht es relativ easy. Da geht ein Shoutout an Marco raus, der keinen kann. Nicht mal mit Bändern. Okay, das ist cool. Das finde ich richtig krass. Wie sieht da mittlerweile dein Trainingsplan aus? Wie oft gehst du ins CrossFit? Ich schaue, dass ich schon fünf, sechs Mal die Woche gehe. Das ist so mein Ziel. Ich hatte auch schon eine ganz verrückte Zeit, da war meine Single-Zeit, da bin ich auch mal zweimal am Tag gegangen, weil ich bin Freund davon, das erste Workout zu machen um 7 Uhr und dann kommst du von der Arbeit nach Hause und CrossFit ist ja auch so eine krasse Bubble, die dann auf einmal entsteht. Auf einmal hängst du nur noch mit CrossFit-Leuten ab und dann haben die mir oft geschrieben, hey Ray, warst du heute schon? Weil sie hätten noch Bock, hier das und das zu machen und dann geht man halt nochmal. Auch großer Fehler von CrossFit-Leuten, keine Rest-Days zu machen, sondern sich da komplett kaputt zu trainieren. Aber aktuell schaue ich, dass ich fünf, sechs Mal gehe. Aber meine ganz, ganz, ganz große Leidenschaft ist, jetzt ist es nicht mehr so kalt, aber ich habe letztes Jahr angefangen eben Eisbaden zu machen. Oh shit, ich habe jetzt vor, ich glaube zwei, drei Monaten habe ich die 30-Day-Eisbath-Challenge gemacht. Okay, sehr geil. Das war mega cool. Ich wohne in Augsburg direkt an so einem kleinen Kanal, hier in München vergleichbar mit dem Eisbach und der ist eh schon frisch. Und ich habe da letztes Jahr im September angefangen und so das kälteste war im Februar mal so zwei Grad. Ja. Und habe das halt jetzt, also ich mache das jetzt weiter, jetzt mittlerweile sind sie schon 14, 15 Grad wieder, aber es ist immer noch geil, seinen Tag mit so einem Dip ins Kalte zu starten. Ich sage immer, das ist wie so ein Upgrade. Absolut. Das ist wie so ein Chip-Tuning für einen Tag. Ja. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da wer ein Gewässer in der Nähe hat, kurz reinspringen. Ja, same. Also es ist wirklich echt krass. Das Ding ist, ich habe mir so ein extra, so ein Eisbad gekauft von Lumi Therapy hießen die. Hat 120 Euro gekostet. Hast halt bei uns im Allgäu ist das Wasser manchmal sogar oben eingefroren, deswegen da musstest du nicht mal kühlen oder so. Und dann habe ich halt jeden Tag diese dumme Challenge gemacht und manchmal stand ich einfach so 45 Minuten vor dem Fenster, habe dieses scheiß Teil angeguckt und dachte mir so, fuck. Und das Ding ist auch, ich habe das gemerkt, es wird nicht einfacher. Nein. Also dieser Moment, da reinzugehen, es ist und bleibt immer die gleiche schwere Überwindung, aber der Moment danach ist auch immer gleich geil wieder. Absolut. Und deswegen, wer denkt, ah ja, das wird dann schon besser mit der Zeit, nein, wird es nicht. Nein, echt nicht. Also nach 30 Tagen, ich bin dann an einem Tag 30, bin ich Eis schwimmen gegangen, bin ich 100 Meter durch den See bei uns. Ich glaube, der hat so 4, 5, 6 Grad gehabt oder sowas. Ja, knackig. Das war schon sehr geil, aber danach bist du einfach so happy und ich finde, die erste Minute ist immer die schlimmste. Und danach gewöhnt sich dein Körper so ein bisschen an die Kälte und an den Schock und dann geht es einigermaßen. Ja, ja. Das ist schon krass. Wie hast du das damals mit, beziehungsweise wie hast du das heutzutage auch noch mit der Arbeit verbunden? Also um 7 Uhr in der Früh gehen und? Early Bird. Also ich war das so gewohnt von meiner Zeit als Angestellter. Als ich bei Ermann gearbeitet habe, bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Crazy, okay. Dann irgendwann um 6 Uhr losgefahren und um 7 Uhr im Büro gewesen. Aber Disziplin ist für dich kein Fremdwort, oder? Also ich kann mich ganz gut quälen. Okay. Also ich bin da echt gesegnet mit einer, ja, mit einer hohen Leidung, also ich kann leiden. Ja. Und irgendwie hat sich das so bei mir, ist es geblieben. Also ich bin jetzt keiner, der Bock hat, irgendwie bis nachts um 12 zu arbeiten. Okay. Da fallen mir dann schnell die Augen zu. Da hilft dann auch kein Kaffee mehr. Ja. Und die Konzentration, also da darf ich dann nur noch so banale Sachen machen. Also ich habe früher mal Buchhaltung nachts gemacht. Okay. Ich hoffe, dass das gut war, dass ich die nachts gemacht habe. Aber ich kann, sobald die Sonne, also Tageslicht muss schon sein. Okay. Auch deswegen habe ich jetzt kein Thema, um 6 Uhr aufzustehen. Um Viertel nach 6 Uhr stehe ich mit meiner Freundin dann schon am Kanal, spring rein. Krass. Komm nach Hause, gehe dann ab und zu um 7 Uhr ins Gym. Ballere das eine Stunde durch und um halb neun stehe ich dann im Büro. Krass. Und bin eigentlich dann super präpariert, jetzt zu ballern, weil ich halt nicht dieses Gefühl in mir habe, fuck, ich muss noch zum Sport, fuck, ich muss noch das machen. Ja, das ist das Schönste, weil du kommst um neun im Büro an und weißt, hey, heute habe ich schon was richtig Geiles gemacht. Ja, genau. Okay, und wie läuft das bei dir mit der Ernährung? Weil da habe ich in letzter Zeit öfter mal Probleme. Also ich bin, ich versuche gerade zuzunehmen. Ich bin jetzt aktuell bei 76 Kilo und möchte gerne auf 85 oder sowas hoch. Aber wenn du jetzt gerade so viel zu tun hast und sowas wie, also Shakes sind natürlich immer das Allerbeste. Da kriegst du schnell mal deine 800 Kalorien oder sowas rein. Aber hast du da noch einen Tipp für mich? Gut, ich habe außer meinen Beinen die Veranlagung ganz gut, Masse aufzubauen. Okay, ich gehe absolut nicht. Ich finde irgendwie, also ich war früher auch natürlich in diesem Tunnel, ich habe mir dann irgendwie so 500 Gramm Magerquark, dann noch drei rohe Eier reingeschlagen und noch zwei Scoops Whey drauf. Konnte mein Körper, glaube ich, never ever verarbeiten. Das war alles für die Tonne, beziehungsweise für die Toilette letztendlich. Geil. Ich sage heute, jeder, der so einen guten Body will, kriegt eigentlich alles mit der Ernährung, also mit einer proteinreichen Ernährung hin. Der braucht eigentlich gar keinen Whey und keine Supplements und Co., sage ich jetzt. Das Ding ist, es ist halt meistens einfach günstiger. Genau. Es ist ein bisschen Veranlagung, aber ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sagen würde, ich habe da eine Mordsexpertise. Ja. Aber ich glaube, wenn man da, glaube ich, sich online mal irgendwie einen guten Plan runterlädt, an welchen Trainingstagen brauche ich, wie viele Proteine, dass ich das mal ausrechne, dann kommt man, glaube ich, schon auf ein gutes Ziel. Wenn das nicht reicht, weil halt einfach die Physik eines Körpers eine andere ist, dann würde ich mir auch diesen Pain gar nicht geben. Okay. Also so diese Qualen hier, da irgendwie Mordsmasse aufzubauen und dann wieder hier irgendwie die Defi-Phase wieder definiert und so. Ich kann dir eins sagen, also die Mädels wirst du da doch nicht wesentlich mehr abholen, weil du jetzt hier fünf Kilo mehr oder weniger hast. Das ist meine Theorie. Ja, nee, es stimmt absolut, also das kann ich nur bestätigen. Nee, schon, aber okay, krass. Wann hast du angefangen mit Fitness? Mit 16. Mit 16? Ja, also mit 16, das war bei uns im Dorf, ich komme ja ursprünglich auf dem Dorf, das war so die Grenze, wo man gehen konnte. Okay, ja, bei uns war es glaube ich auch irgendwie so. Und dann bin ich da schon immer trainieren gegangen, parallel immer Fußball. Ich war so der typische Typ, also jeder, der den Spruch jetzt von mir hört, hat den auch schon mal irgendwie gehört, der Fußball spielt, so ja, ich muss keine Beine trainieren, ich spiele ja Fußball. Ja, Marco, nochmal. Also großer Fehler, großer Fehler, Fußballer haben nicht automatisch massige Beine, ganz im Gegenteil, also eher skinny und ich habe das auch nie wieder hinbekommen. Ich habe diese, also ich bezeichne mich nach wie vor immer noch so ein bisschen als Kastanienmännchen, aber jetzt aufs Crossfit, da wächst es schon auch so ein bisschen hin, aber ich habe schon sehr, sehr, sehr früh angefangen und ich habe auch überhaupt kein Thema mit Ernährung. Ich kann bei uns in der Agentur, wenn jemand Geburtstag hat, einen Kuchen mitbringt, dann nehme ich mir ein Stück und dann nehme ich mir noch ein Stück und dann schreibe ich schon eine kurze Rundmail auf Slack, so jetzt soll bitte jeder sich sein Stück holen, weil was ab Mittag noch da ist, das esse ich einfach. Geil. Und das wandert bei mir, es wird sofort verbrannt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Jetzt bin ich 37 und setze noch nichts an. Okay, das ist schon mal gut. Also du siehst auf jeden Fall körperlich absolut gut aus. Dankeschön. Du hast auf jeden Fall meinen Traum, was das angeht. Danke, danke, danke. Deswegen frage ich nach, weil da kann ich noch einiges davon lernen. Aber ja, sehr cool, okay. Dann kommen wir mal noch auf ein Thema zurück, das mich ein bisschen noch interessiert, was Arbeit angeht. Teambuilding ist das. Hast du da irgendwelche Tipps für mich, vor allem auch, was jetzt zum Beispiel, wenn jetzt nicht das größte Geld vorhanden ist, wie kann man am besten ein Team aufbauen? Es ist unglaublich wichtig schon mal. Das Team ist ab einem gewissen größeren A und O, was den Erfolg deines Unternehmens betrifft. Ich kenne ganz wenig erfolgreiche Companies, wo der CEO irgendwie absolut maßgeblichen Anteil am Erfolg noch hat. Das ist so das Erste. Das Zweite, was ich dir raten kann, was ich auch jedem anderen raten kann, ist mal die Amazon Management Principles zu googeln. Okay. Amazon hat so Principles geschrieben. Ich glaube, das sind so 21 Stück. Die sind online. Kann man sich die angucken. Und da kann man so nachlesen, was die so für Leute suchen und wie die Leute suchen. Und damals hat ein Kumpel von mir, der bei Amazon gearbeitet hat, gesagt, wenn du diese, also als ich mich da beworben hatte, wenn du diese 21 Rules verinnerlichst, dann kannst du bei Amazon durch jedes Assessment Center kommen. Okay. Und das sind dann so Sachen wie, jeder Mitarbeiter setzt die Latte ein Stückchen höher. Jeder Mitarbeiter trifft immer die richtigen Entscheidungen. Jeder Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ja. Und ich würde heute immer wieder so meine Mitarbeiter eigentlich anhand dieser Principles so ein bisschen coachen und erziehen. Dass die immer das Gefühl haben, sie sind das Beste eigentlich. Und sie sind absolut wichtig. Und so versuche ich auch heute, mein Team jetzt auch bei der Agentur und auch bei Boxbode zu führen, ihnen das Gefühl zu geben, dass ich nicht wichtig bin. Ich bin dafür verantwortlich, dass die einen schönen Arbeitsplatz haben. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Müsli Bar gefüllt ist, dass der Küche voll Getränken ist. Dass das Equipment passt und dass die Leute die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Aber ich selber bin jetzt eigentlich nicht mehr so dieses Mastermind, das irgendwie am Ende des Tages sagt, das ist die richtige Strategie jetzt, also beim Kunden. Klar, die Unternehmensstrategie, die muss natürlich noch so ein bisschen von mir kommen. Aber auch das ist wichtig, es ist ein Team zu machen, du musst die Leute abholen. Ähnlich wie so diese Hornbach-Werbung immer. Die sagen ja immer so, mach es zu deinem Projekt. Irgendwie so geht die. Also du musst die Leute einfach das Gefühl geben. Okay. Sie sitzen mit im Boot, sie können die Richtung so ein bisschen bestimmen. Und das ist absolut wichtig. Und das A und O. Nur wenn du ein geiles Team hast, dann kannst du auch selber mal entspannen. Weil wenn du jeden Scheiß entscheiden musst, weil deine Mitarbeiter das Gefühl haben, sie dürfen nichts entscheiden, dann kriegst du 24-7 Slack-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, wo du irgendeine Entscheidung treffen musst. Und das macht müde. Das macht richtig müde. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe am Tag Kapazitäten für 20 Entscheidungen. Und alles drüber ist anstrengend. Deswegen bin ich auch immer sehr dankbar, wenn meine Partnerin am Abend sagt so, hey, also das und das gibt es heute zum Essen und dann gehen wir zum Sport und dann machen wir das. Und sage ich, okay, passt. Da ist die Routine super. Genau so. Weil ich hätte jetzt gar keinen Bock. Ich habe nicht mehr Lust zu entscheiden, ob wir jetzt noch rausgehen oder nicht rausgehen. Ich sage immer, ich mache alles, aber ich will keine Entscheidung treffen. Okay, krass. Und da ist es einfach wichtig, ein gutes Team zu haben und gute Teamleiter und Manager und Co. Das ist super wichtig. Okay, bei deiner Social-Media-Agentur, wie war es da? Wie groß war das Gründerteam von euch? Bloß du oder? Nee, wir waren zu dritt. Zu dritt, zu dritt, genau. Okay, welche Rollen habt ihr da? Also welche Rollenverteilung habt ihr da gehabt? Ja, also ich habe so den Vertriebs-Part und den Projekt-Management-Part übernommen. Ja, man kann es ja vielleicht ein bisschen Key-Account auch nennen. Dann der David ist so unser kreativer Kopf. Produktdesign, damals studiert, wahnsinnig kreativ, also beeindruckend kreativ. Und der dritte Part ist der Hans, der diese ganzen technischen Sachen bei uns gemacht hat, also Anzeigen schalten, auch diese ganze IT-Infrastruktur bei uns aufgebaut hat. Und auch bis heute noch derjenige ist, der sich jetzt gerade eben wahnsinnig mit JetGPT, AI-Tools und so weiter auseinandersetzt. Der hat immer ganz genau weiß, das kommt, das ist ein Trend, das ist vielleicht nur eine Eintagsfliege, so, keine Ahnung, wo damals alle ausgerastet sind, das Clubhouse kommt. Ja, das war ja eh das Beste. Da haben wir das so ein bisschen links liegen gelassen, auch so Snapchat und so. Also ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Team. Der Hans gibt einen Innovationpreis, Dave baut ein geiles Produkt und ich bringe seinen Mann, sozusagen. Das ist so unser Prozess. Okay, wie lang wart ihr nur zu dritt und wann beziehungsweise wen habt ihr dann als erstes eingestellt? Wir haben relativ schnell mit Freelancer gearbeitet und haben dann, ja, so peu a peu, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, dann wieder ein Designer, dann wieder ein Projektmanager, dann wieder zwei Designern, dann wieder ein Projektmanager. Wir sind jetzt so ungefähr 15, 16 Leute, glaube ich, in der Agentur. Und wo der Großteil Designer sind, dann ein paar Projektmanager und dann ein paar, die sich so um das Ganze anzeigenschalten und Co. kümmern. Okay, verstehe, alles klar. Ja, das ist gar nicht schlecht, weil bei mir war immer das Problem irgendwie so dieser erste Schritt von, beziehungsweise ich war immer alleine als Gründer. Würdest du mir da auf jeden Fall raten, sozusagen Co-Gründer zu suchen? Also man muss ja nicht zwingend ein Co-Founder sein. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall früh anfangen, gute Leute mit ins Boot zu holen. Man kann die ja tatsächlich auch beteiligen. Mit virtuellen Shares, wenn man jetzt nicht will, dass die eben richtige Shares bekommen, mit Sprache, Recht und Co. Also muss man echt aufpassen. Aber ich bin schon ein sehr großer Freund von Teams. Ich bin jetzt nicht unbedingt Freund von den riesen Gründerteams. Ja. Ich weiß nicht, der Boxbote waren ja vier Co-Founder, Agentur waren es jetzt nur noch drei. Mittlerweile würde ich mich sogar mit zwei sehr wohl fühlen. Alleine, da weiß ich, da bringe ich nicht das komplette Skillset mit. Eben, genau das Gefühl habe ich nämlich auch. Mir fehlen, also mir fehlt das, was der Hans bei uns hat, so dieses krasse Out-of-the-Box-Denken. Ich lebe da oftmals zu sehr in meinem Tunnel. Dann, was die Kreativität betrifft. Ich bin immer nur so für die ersten zehn Prozent bin ich kreativ. Okay. Das kenne ich, ja. Und dann hört es bei mir aber auf. Okay. Und der David, mein Co-Founder, kann die dann weiterdenken und bringt die dann auf den Punkt und macht die perfekt. Aber das fehlt mir. Ich will hustlen. Also ich bin so ein Hustle-Hustle-Hustle-Typ. Und die Jungs wiederum, die sind dann vielleicht eher so, ja, die arbeiten halt dann, wenn sie glauben, dass es jetzt der beste Zeitpunkt ist, zu arbeiten. Und ich bin derjenige, der halt schon das erste am Büro ist, wo uns Licht anmacht und dann schon am Laptop die ersten Mails rausfeuert. Und deswegen muss man halt immer gucken, was fehlt mir eigentlich jetzt zum Erfolg? Wer könnte diese Lücke füllen? Und dann Leute ins Team holen, die von Anfang an richtig wertschätzen, den Ziele geben, die belohnen für die Ziele und dann halt gucken, okay, wo kann ich weiterwachsen? Weil wenn du halt alleine bist, hängt halt immer vieles an dir. Wenn du dann mal krank wirst, dann arbeitet da halt nichts mehr für dich. Und deswegen ist das auch, glaube ich, eine wichtige Entscheidung. Machst du da jetzt eine One-Man-Show oder baust du ein Team auf? Ich werfe Team. Ja, doch, bin ich auf jeden Fall auch. Aber da bin ich eben aktuell noch ein bisschen irgendwie so, da hänge ich irgendwie in der Luft. Da brauche ich noch, wahrscheinlich brauche ich einfach jemanden, der mir da weiterhelfen kann mit dem Skillset zum Beispiel. Ja, da wird auf jeden Fall in nächster Zeit noch was kommen. Da kommt bestimmt auch noch die eine oder andere Frage an dich. Gerne. Nachdem du da schon eh so viel Erfahrung hast, da wird das auf jeden Fall passen. Außerdem, jetzt check ich einmal ganz kurz, ob ich meine ganzen Fragen an dich schon gestellt habe. Mach das. Aber die meisten Sachen hast du eh eigentlich fast schon von selber beantwortet. Sehr gut. Deswegen kamst du mir da super gut entgegen. Okay, ein paar kleine Sachen habe ich auf jeden Fall noch. Also wir sind jetzt, glaube ich, auch erst bei 60, 70 Minuten oder sowas. Genau. Größte Challenge als Unternehmer? Also natürlich die Insolvenz jetzt gerade. Ja. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich die Challenge geschafft habe. Es war auf jeden Fall eine sehr große Challenge. Ist eine sehr große Challenge. Und davor? Was ich auch eine krasse Challenge fand, ich war mal vom Arbeitsgericht. Da ging es auch um Kündigung. Und das ist das Thema, was ich dir vorhin schon erzählt habe. Dieses, einfach so diese Probleme nicht mit nach Hause zu nehmen. Einfach so, da fuck dich gerade einer komplett ab. Zeig dich an und wirf dir dann so Sachen zu. Ich will dich ruinieren und bla 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 und so. Einfach dann nach Hause zu kommen und die Probleme hinter sich zu lassen. Tür zuzumachen und sagen, hey, jetzt haben wir noch einen schönen Abend. Und klar, oftmals wird auch gefragt, na, wie geht es dir so? Und du beantwortest dann die Frage so, passt schon alles gut? Obwohl eigentlich gar nichts gut ist. Aber das ist so einer der größten Challenges, dann einfach so Sachen einfach zu Hause zu lassen, äh, in der Arbeit zu lassen, die nicht mit nach Hause zu nehmen. Und die habe ich ganz gut im Griff. Das ist aber, wie gesagt, schon ein größeres Thema. Ja, auf jeden Fall. Okay, nächste Frage, die stelle ich mittlerweile fast eigentlich jedem größeren Unternehmer. Wie gehst du am besten mit Leistungsdruck und Verantwortung um? Ähm, Leistungsdruck, da muss ich sagen, auch ein plumper, aber wahrer Spruch ist, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. Also, ich muss mir meine Zeit für meinen Sport nehmen. Ich muss mir Zeit für meinen Geist auch nehmen. Also, sprich, Urlaube, ähm, auch Urlaube für den Kopf. Also, jetzt nicht irgendwie Malle, Bierkönig und so sieben Tage, sondern... Ach, scheiße, das wollte ich nicht hören. Ja, sondern wirklich, äh, Yoga-Retreat, Meditation, ein Buch lesen. Ja. Ähm, es gibt viele Sachen, wo man wirklich seinen Körper kennenlernen kann. Es gibt viele, viele tolle Sachen, die jetzt nicht unbedingt mit Drogen zusammenhängen, um sein Bewusstsein ein bisschen zu erweitern. Und, äh, auch wenn es am Anfang immer so ein bisschen doof aussieht, wenn dann so, wenn dann jemand so eine Stunde ins Leere guckt und meditiert, oder, ähm, was auch immer. Aber das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig geholfen, Leistung auch zu bringen, weil ich irgendwo, ähm, ja, einfach einen freien Kopf hatte. Ähm, das ist so das Thema mit, äh, mit Leistungsdruck. Das, äh, kann ich, glaube ich, nur, weil ich einen gesunden Kopf habe und einen gesunden Körper habe. So, das zweite war Verantwortung. Genau. Ähm, ja, ich glaube, da bin ich selber noch am, am Lernen auch. Ähm, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ich das von vornherein, ähm, auf, so Step by Step lernen durfte. Ich habe ja, wie gesagt, mit 15 angefangen mit einer Ausbildung und ging dann über viele, viele Jahre Angestelltenverhältnis. Habe ja dann erst mit 30 dann gegründet, knapp vor 30. Das heißt, ich habe 15 Jahre lang Zeit gehabt, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen. Also, du hast dann mal, ähm, Verantwortung für einen Praktikanten, mal für einen Azubi, dann hast du mal hier einen Außendienstmitarbeiter, für den du verantwortlich bist. Und so konnte ich eigentlich lernen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist heutzutage, wenn man so hört, ähm, um jetzt auch beim Beispiel vielleicht Gorillas zu bleiben, dieser Kahn Sümer, der, glaube ich, auch daran gescheitert ist, ganz, äh, ganz krass, dass er von heute auf morgen tausend Mitarbeiter hatte und völlig überfordert war und der wird ja in vielen Podcasts so als super cholerisch und, ähm, ganz anstrengend wahrgenommen. Ich glaube, weil er mit dieser Verantwortung auch überhaupt nicht klargekommen ist. Und, ähm, deswegen kann ich auch da, ähm, also bin ich in dem Fall dankbar dafür, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen hier Founder und 100 bis whatever Mitarbeiter hatte, sondern dass ich ganz langsam an die Sache herangeführt wurde. Ja, das ist natürlich gut. Und, ähm, das kann ich auch, wenn man die Möglichkeit hat, auch nur jedem empfehlen. Und wenn man auch nicht, wenn man auch erkennt, man ist nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Sprich, man ist superschnell überfordert, wenn jetzt ein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt so, hey, ähm, wie schaut's denn aus? Gehaltserhöhung. Also, wenn man da nicht in der Lage ist, cool zu bleiben und das zu regeln, dann sollte man sich auch da vielleicht erfahrene Leute ins Team holen, die eben die Erfahrung schon haben, Verantwortung zu übernehmen. Okay, alles klar. Ja, das macht auf jeden Fall alles Sinn. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz andere Antwort, die ich jetzt erwartet habe. Normalerweise habe ich immer bekommen, einfach nur diese komplette Gelassenheit, dass du sozusagen sagst, ja, fuck it, ist halt so, wie es ist, ne? Aber macht auf jeden Fall genauso viel Sinn. Deswegen stelle ich die Frage nämlich, weil damit habe ich bisher am meisten Probleme immer gehabt. Okay. Ähm, und, äh, also, was heißt Probleme? Das war, das war so das Offensichtlichste, ähm, für mich, was, wo halt ein Problem lag sozusagen. Ähm, mittlerweile komme ich aber auch wesentlich besser damit klar, weil es halt für mich wirklich auch, wie du sagst, einfach diese, äh, erstens Körper, gesunder Körper, gesunder Geist, das ist super wichtig. Also, ich gehe jetzt auch seit einem halben Jahr regelmäßig ins Fitnessstudio und so weiter. Das bringt so unglaublich viel. Einfach nicht mal, nicht mal unbedingt fürs Aussehen, sondern einfach fürs Gefühl. Ja. Das ist eben schon mal der große Punkt. Und dann eben diese komplette Gelassenheit, dass es einfach so ist, wie es ist. Du kannst nur so viele Entscheidungen am Tag treffen und so weiter. Ja, genau. Deswegen, okay. Ähm, welche Person hat dich im Leben am meisten beeinflusst? Ist es Jeff Bezos gewesen? Okay, also ich dachte, diese Art von, auch, okay, alles klar. Genau, ganz egal. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob es wirklich, äh, Leute sind, die, äh, Ganz egal. Du kannst gern beides zum Beispiel sagen. Ähm, also es ist auf jeden Fall Amazon. Ja. Ob das jetzt Jeff Bezos war oder ist, ähm, sei es mal nicht hingestellt, aber es war natürlich seine Biografie und es gibt auch, Jeff Bezos schreibt einmal im Jahr so einen, äh, Brief an seine Belegschaft, kann man online angucken. Ja. Ähm, und es ist, finde ich, super inspirierend, so diese Day-One-Mentalität. Jeder Tag ist Tag eins. Das ist auch der Grund, wieso Amazon abschmiert gerade, weil Amazon nicht mehr diese Tag eins philosophiert. Bei denen ist es schon teilweise Tag zwei. Ja. Das bedeutet, dass die nicht mehr anfangen, sich selbst zu erfinden. Ähm, deswegen auf jeden Fall, ähm, Jeff Bezos mit, mit, mit Amazon hat mich safe, krass beeinflusst. Mit Sicherheit auch jeder einzelne Mentor bei jeder einzelnen, ähm, ähm, Position, die ich hatte. Es gab überall Leute, die mir ein, zwei Sachen beigebracht haben, an die ich heute noch denke. Ähm, es gibt, es gibt tatsächlich viele, viele, ähm, Unternehmer, die ich, die ich gut finde, von denen ich dann auch immer die Biografien immer gelesen habe. Also teilweise Audible, ähm, Hörbuchreihen laufen gegangen und dann irgendwann, ähm, ja, hat man das so inhaliert. Und dann sind immer so ein, zwei Sachen dabei, auch, auch, ähm, Oli Kahn, ja, auch die, das klingt blöd, aber, ähm, die Biografie von Oli Kahn ist auch. Als Fußballer. Ja, der, der, der Oli Kahn hatte einen unglaublichen Willen. Das, also kann ich nur jedem empfehlen, sich die mal reinzuziehen. Das ist jetzt auch ein kleiner, kleiner Sneak Peek aus der, aus der Biografie. Oli Kahn war schon ultra jung und schon im Profikader und hat immer ein bisschen mehr trainiert wie alle anderen. Wenn die anderen irgendwie schon Feierabend machen, ist er, glaube ich, noch auf dem Platz, äh, hat noch trainiert, immer ein bisschen mehr gegeben. Das passt natürlich nicht allen. Andere sehen dann so, fuck, schau mal, wie der trainiert. Ich glaube, der will einfach der Übertorwart sein. Ja. Und in der Biografie schreibt er, dass er in der Kabine dann angepisst wurde. Ja. Und das war ihm aber scheißegal, weil er sich, weil er ganz genau wusste, ich werde euch, ich werde euch alle übertrumpfen und ich werde, äh, der beste Torwart auf dieser Welt werden, hat er geschafft. Und klar, ich würde jetzt niemandem sagen, lass dich anpissen. Ja. Aber, ähm, auch da habe ich was mitgenommen. Deswegen, es gibt schon viele, viele, äh, Leute, Menschen, die mich irgendwo inspiriert haben, aber, ähm, ja, Amazon und Jeff Bezos schon am, 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 am meisten. Okay, krass. Ja, aber ich finde es gut, dass du dir sozusagen einfach von vielen Leuten so deine Gold Nuggets holst. Genau, ja. Das mache ich nämlich genauso. Ja. Deswegen zum Beispiel jetzt auch der Podcast. Ja, ja. Das ist das beste Beispiel. Ja, klar, klar. Deswegen, okay, ja, finde ich sehr gut. Unterstütze ich die, äh, die Antwort. Okay, ähm, letzte Frage, die ich eigentlich jetzt mal noch so habe, ähm, dieses ganze Weiterbilden und sowas, jetzt auch gerade zum Beispiel. Ähm, mit, ähm, mit Audible und was auch immer. Wie machst du das am besten? Weil es ist ja, man hat ja nur so viele Stunden am Tag Zeit, ähm, die dann irgendwie dem, äh, dem Business zu widmen oder sich weiterzubilden. Wie managst du da deine Zeit am besten und, ja, wie kriegst du das am besten hin? Ja, es ist auf jeden Fall auch eine große Herausforderung, die ich gerade habe, mir die Zeit noch zu nehmen, ähm, Bücher zu lesen, neue Sachen zu erlernen. Und ich will eigentlich seit Ewigkeiten, habe mir so ein paar Spanisch-Skills drauf zu schaffen, komme ich einfach nicht dazu. Benutzt du Duolingo, oder? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Probier's aus. Diese 5-Minuten-Lektionen sind so geil. Und vor allem diese, 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 diese App ist so krass süchtig machen, äh, gestaltet. Deswegen probier's unbedingt aus. Also ich muss mir, wenn dieses ganze Insolvenzthema, wenn da mein Haken dran ist, je nachdem, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, dass ich dann wieder ein bisschen freier den Kopf habe auch. Dann will ich auf jeden Fall mir wieder einen Blocker setzen für Weiterbildung. Vielleicht auch, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, nochmal irgendwie die Schulbank zu drücken. Okay. Vielleicht, äh, viele in meinem Alter gehen da ja nach St. Gallen und, äh, machen da nochmal, ähm, was. Why not? Mhm. Ähm, hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Aber muss man sich wirklich fest vornehmen. Also ich hab mir das jetzt, in den nächsten Wochen wird da nicht viel Platz sein, aber wenn, wenn ich mal hier an eine Sache mal wieder einen kleinen Haken machen kann, dann werde ich da ganz safe wieder sagen, okay, Freitag, pff, gehe ich um zwölf und block mir dann noch zwei, drei Stunden für ein Thema und auch noch wirklich banale Sachen. Ich begeister mich gerade wahnsinnig für, für Pflanzen. Ja. Ja, so, ich finde, aber das ist so ein kleines... Das ist schon in der Midlife-Crisis. Ich fand Spaß. Ja, 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 das sagen viele, dass es jetzt so ein Daddy-Hobby ist irgendwie, aber ich hab das beobachtet, meine Freundin hat so Ableger bekommen von einer Freundin von ihr und dann hat die so in so kleinen Wassertöpfchen gehalten, bis die Wurzeln so gekommen sind und dann die Erde gepackt, gegossen und wächst es. Und das ist auch so wie ein Unternehmen aufbauen und jetzt bin ich nur noch am Ableger machen und die gieße ich dann jeden Tag ganz penibel und beobachte die und mache Bilder und schaue, wie sie gewünscht sind. Und auch das ist irgendwie eine Sache, wo ich mir gerade denke, davon würde ich mir gerne ein bisschen mehr Zeit, weißt du, hätte ich das Bonsai vielleicht. Oh ja, das wäre natürlich richtig sick. Ja, aber auch Sportler, es gibt viele Sachen. Auf dem Crossfit gibt es ja tausend Movements, die ich noch nicht so gut kann. Handstand, das ist so eine Sache, mal schön stehen zu können, dann vielleicht ein Handstand-Walken ein paar Meter, das wäre schon geil. Und ja, es gibt viele Sachen, unglaublich wichtig, auch das, was du vorhin ja gesagt hast, so mit diesem Leistungsdruck und mit dir. Ich glaube, dass wenn du dir Zeit für dich nimmst und das sind dann solche Sachen, wo du dir für dich nimmst, dann fallen einem manche Sachen ein bisschen leichter. Und deswegen muss ich das auf jeden Fall wieder mehr machen und einfach fest vornehmen dann. Awesome, okay, gefällt mir sehr gut. Wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Erfolg dabei. Dankeschön. Auch noch in nächster Zeit viel Durchhaltevermögen. Danke, danke, danke. Ich werde an dich denken, was das angeht. Ja, ja, danke. Und ja, dann bin ich schon gespannt, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, was dann die nächste Story sein wird, die da rauskommen wird. Genau, hast du jetzt zufällig noch irgendwas, was du sagen möchtest oder so? Ja, ich habe jetzt schon viel erzählt. Nee, also auch danke in deine Richtung. Es ist nach wie vor so, dass ich mich das sehr freue, wenn sich jemand anderes, schräg schräg fremdes, halt auch für meine Geschichte interessiert. Absolut. Auch danke an Daniel. Ja, nochmal. Ich werde es ihm natürlich face-to-face auch noch sagen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das freut mich. Nee, ich sage mal so, wir brauchen safe mehr Gründer. Wir brauchen mehr deutsche Investoren, die auf deutsche Gründer und Gründerinnen abfahren und da ihre Kohle lassen. Wir brauchen in Deutschland ein bisschen mehr Mindset, dass wir einfach auch was auf dem Kasten haben und dass man nicht nur jetzt guckt hier Tel Aviv, Shenzhen, Silicon Valley. Ich glaube, wir haben gute Companies, wir haben gutes Bildungssystem, wir haben gute Unis und auch so der Mittelstand in Deutschland ist krass und wir brauchen mehr Gründer und man muss sich gegenseitig unterstützen. Absolut. Und dann, glaube ich, haben wir auch wirtschaftlich weiterhin eine tragende Rolle, auch wenn die Automobilindustrie uns gerade so ein bisschen entgleitet, da müssen wir halt woanders wieder Gas geben und das geht aber nur mit dem nötigen Mut und dem nötigen Risiko. Mein Risiko wird jetzt gerade so ein bisschen bestraft, aber das macht mich jetzt nur stärker und deswegen kann ich nur jedem sagen, machen. Wenn es schief geht, man fällt leicht und dann nochmal machen und dann Spaß daran haben. Ja, zehnmal versuchen, einmal wird es schon klappen. So ist es. Genau, ein kurzer Shoutout geht auch nochmal kurz an Zwerg 1 raus, weil hier ist es absolut geil, muss ich sagen, was Unternehmertum generell angeht. Also jeder, der in Deutschland irgendwie gründen möchte, beziehungsweise in München und so weiter, unbedingt mal an Zwerg 1 vorbeischauen. Ist absolut geil. Mein Lieblingsort hier. Ja, richtig cool. Ich liebe es absolut und wie es auf LinkedIn heißt, the most friendly Startup place. in Munich, es passt einfach perfekt. Ja, kann ich bestätigen. Ist schon richtig, richtig geil hier. Awesome. Raimund hat mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön. Danke, dass du hier warst. Und ich freue mich echt schon aufs nächste Mal. Alles klar. Ich freue mich auf die Einladung. Awesome. Dickes Dankeschön geht noch raus an das Werk 1, das mir hier die Möglichkeit gibt, meinen Podcast aufzunehmen. Man kann hier nicht nur das Podcaststudio mieten, sondern zum Beispiel auch Coworking Spaces sowie Coworking Offices für digitale Startups oder sogar Co-Leving Apartments, in denen man ein bis sechs Monate leben kann. Und es gibt hier ein Café mit dem besten Kaffee in München, in dem man netzwerken und arbeiten kann. Also, wenn ihr Unternehmer seid oder es werden möchtet und aus München kommt, kommt unbedingt mal vorbei oder schaut euch die Webseite auf www.werk1.com an.